So, moll Leute und willkommen zu einer neunten Episode an Ranked 2 Challenger. Wir sind momentan 6 zu 5 und stehen Diamond 3, 53 LP. Die Frage ist, werden wir Diamond 2 überspringen? Äh, LP, Gains sagen nee, MMA sagt ja, ist ein bisschen komisch, werden wir dann in der nächsten Episode erfahren. Aber ihr seht schon, ich log Ken ein, weil ich Riven sehe und Ken countert ja normalerweise Riven. Aber in dem Game irgendwie nicht, ich möchte ja nicht zu viel spoilern, also wünsche ich euch viel Spaß und let's go! So, wir pushen einfach early, dass der Lied in den Welt machen kann. Okay, er wettet doch nicht. E-Trade macht man wirklich an, dass man geht vor und dann kitet man halt noch mit der E zurück. Hm, funktioniert gegen Riven nicht so gut. Aber haben schon zwei Goldsäcke bekommen, also war natürlich worth. Pushen wir die Wave rein. Pushen wir die Wave rein. Holy shit. Oh Gott. Als ob, mann. Als fucking ob, Alter! Wieso bist du denn immer noch da, du Bastard? Oh, scheiße, jetzt steht die Wave komplett kacke! Das ist aber trotzdem noch gewonnen, so. Ich muss mal chillen, holy fuck. Also mit Bot macht eigentlich einen guten Job. Also eigentlich jeder außer ich. Shit. Auf kommentiere ich natürlich nicht, dass ich noch Flash hab. Fuck, jetzt bin ich aber tot. Als ob Karte schon wieder Ulti hat, boah? Was? Saving it for Christmas, I see. Actually funny, actually funny, man. Fuck. Oh, ich war ziemlich hardgecarried in dem Game, Jungs. Der Kassim Tam ist abgelaufen. Der ist schon lange abgelaufen, oh shit. Nice, Mann. Better top wins. So, willkommen aus dem ersten Game. Wurde ziemlich hartgecarried. Wir stehen jetzt da mit 73 LP. Wir stehen jetzt aber 7 zu 5. Ich hab das nicht geändert, rechts unten. Und wir spielen Viktor gegen Ogurt und wird ein geiles Game. Gönnt euch. So, da hat der Ogurt da schon versucht zu machen. Ich hab mal gesehen, er konnte sogar Level 1 einfach auf mich vorwalken und seine W machen, aber wenn ich hinter Minion stehe, kann er kein Damage zu mir machen. Dann braucht er seine Q, dass die E von ihm halt mich fokussiert. Wie zum Beispiel jetzt hat der Q auf mich gemacht und dann hat die E mich fokussiert. Jetzt müssen wir basen. Vielleicht ist er auch da. Scheiße, Mann. Das hat er ziemlich gut gemacht. Jetzt können wir unser upgrade nicht holen. Nice, Mann. Well played. Diese Hitbox von der Q von Ogurt ist so retarded, Mann. Er... Oh. Woh. Woh. Nice. Oh no, 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 oh my god, no, ah, ah, not even close, oh die shit, das ist kritisch, man, jungs. Ja, das war jetzt Desperation, First Bar Tower Gold und das letzte Plating haben wir auch noch, sehr gut. Ja, gehen wir resetten, holen wir uns so ins Echo. Gibt es auch Games, wo wir für den Q-Max das erste geht? Ja, zum Beispiel gegen Aatrox würde ich sogar Q-Max, Kleptomancy und Tank Victor spielen. Also es gibt viele Variationen im Victor. Ups. 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 Uuuh. Huh? Voll komisch, ich bin da auf einmal random stehen geblieben und ich komme mich irgendwie nicht bewegen, ich weiß nicht, was das war, man Oh, no, 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 no No, 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 ich bin down, fuck No, meine KDA Ah, zu greedy, Jungs, zu greedy There we go Yay, come on It's good Oh Oh